Hi, mein Name ist Lorenz Keluber, ich spiele Klavier und wir spielen heute im Trio mit Anhuber am Bass und Gabriel Hahn am Schlagzeug im 55 Arts Club hier in Berlin. Ich freue mich sehr, dass wir hier spielen dürfen. Erstens, weil ein toller Steinway-Flügel noch da ist und zweitens, weil wir viele neue Stücke im Gepäck haben, neben meinen alten, die wir auch präsentieren werden, weil ja heute CD-Release-Party ist und wir wollen den Leuten natürlich auch was von der CD vorspielen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018